Ich sitze in der Butterfly Guard und habe die Füße zusammen. Meine Knie zeigen nach außen wie ein Schmetterling. Ich greife mit beiden Händen unter die Achse von Doni, lege mich auf den Rücken und lade all sein Gewicht auf mich drauf. Doni hilft mit und schützt sich am Boden fest. Ich schiebe ihn ein Stück weiter und rutsche nun mit meinem Popo hinterher. Wieder das gleiche. Und so bewege ich mich vorwärts.